Hey Leute, hier ist überhaupt ein Unterbindel von DeepBuddySocken und heute gab es einen Content Update Leute, die Flaschenraketen sind am Start und man findet jetzt in der Umgebung Lagerfeuer, die man anzünden kann, mit denen man sich healen kann und ich würde sagen Leute, wir springen jetzt in eine Runde und suchen direkt die neuen Flaschenraketen, auf gehts! Leute, wir haben die Teile, so sehen sie aus, grün, man bekommt die normalerweise in Zweier-Stacks, aber der Kollege, von dem wir sie bekommen haben, der hat sie uns geschenkt, der hatte schon eins benutzt und ja, an sich macht das 10 Schaden an Gegner, schießt aber 40 Mal, glaube ich, oder? 45 Mal, 45 Mal und macht 40 Damage an Gebäuden, also ja, ich schätze mal, das könnte man benutzen, um Leute aus Gebäuden rauszubekommen und so weiter, also ich glaube, in der Hinsicht wird es auf jeden Fall interessant, sorgt halt dafür, dass wieder ein bisschen ein Item dazugekommen ist, das gegen das Bauen ist und ja, wir sehen uns einfach direkt dann bei den nächsten Gegnern, weil da werden wir es dann einsetzen. Oh Leute, die wollen es wissen! Oh, die haben hart kassiert. Ganz hoch, natürlich, beide. Ja. Wie machen wir es? Schöten. Okay. Warte, ich möchte mal probieren. Shit, man, das hat es gar nicht gebracht. War richtig useless, ich wollte es hochschießen. Das ist hochschießt. Ja, toll, Leute, jetzt seht ihr es auf jeden Fall. Wir werden es auf jeden Fall noch öfter finden. Ja. Das ballert ordentlich raus. Ist schon weg. Das war es schon. Okay, der eine ist, glaube ich, runtergejumpt, bin mir nicht sicher. Welcher? Von meinem Tower, oder was? Ähm, ich glaube schon, weil ich komme mit dir. Ich höre den hier irgendwo. Aha, ich höre den hier irgendwo irgendwo. Oh mein Gott. Der ist außen einer. Der ist wick. Hinter mir ist, glaube ich, noch einer. Ja, unter mir jetzt. Mit der Baba SMG. Aber da muss ich einfach direkt los. Guck mal, wo der André ist. Der ist da unten drinnen. Okay. Zieht mit Jumping. Hinter mir. Knocked. Okay, der André zieht gerade mit Jumping. Oh ja. Nice. Nice, Mann. Vielleicht hat... Ey, meine SMG. Ich will die. Hier legen sie hier, komm. Oh nein. Ich habe vier Stück direkt nicht. Ablenken hier von... Ja, ja. Hallo? Hallo? Ich habe nichts. Was willst du von mir? Die goldene SMG? Was? Du hast nichts? Ne, egal. Ne, ich habe keine. Ja, ja, ja. Du jumpst da glücklicherweise genau. Hier unten liegt noch eine Scar, falls du Bock hast. Und wir holen uns auch den Loot von den vier Stück. Damit kann man auf jeden Fall was anfangen. Ich hole mir auch kurz noch davor die Minis, die da drinnen waren. Die habe ich nämlich gesehen. Ey. Aber ich glaube... Ich glaube wirklich, im Solo-Modus ist das Teil useless. Duo geht klar. Und bei Team geht es dann noch mehr klar. Ich weiß gar nicht, wie es dann bei den Pros aussieht, wenn die da am Schluss sind, wo sich alle eingebaut haben. Und stellen wir vor einer als so vier Raketen mit und dann spammt er das. Ja. Das wasted halt übel die Materials von den Gegnern. Ist eigentlich ganz nice so. Würde ich brauchen. Aber gut. Wenn man eine Eisenwand platziert, 40 Schaden ist jetzt auch nicht so viel. Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Wollen wir noch kurz hinschauen zum Lagerfeuer? Ich habe ein Jarpad. Ja. Oder wollen wir... Hast du einen Loot von den Kollegen schon geholt? Ja, habe ich geholt. Okay. Okay, dann gehen wir zum Lagerfeuer, Leute. Weil das ist auch neu. Leute, hier seht ihr ein Lagerfeuer. Das ist halt so wie die Äpfel und die Pelze. Wenn man das jetzt hier anzündet, das spawnt halt auf der Map, dann bekommt man hier ganz normal Leben wie bei einem normalen Lagerfeuer. Und ich würde sagen, wir gönnen uns jetzt in die Zone. Und ja, weil wir müssen da hin, sonst ist halt die Runde vorbei. Ja. Auf geht's. Was auch neu ist, Leute. Eine Sprungfläche schießt einen jetzt noch ein bisschen höher wieder vor. Also auch ganz nice. Ist natürlich... Ich glaube, für was haben die das gemacht? Weil es einfach... Weil die an der Mobilität so rumgeschraubt haben, dass man nicht mehr so schnell unterwegs war. Und deswegen jetzt hier wieder ein bisschen nach oben geschraubt, damit man wieder ein bisschen schnell unterwegs ist. Also ja, die feintunen das Ganze gerade. Ja. War natürlich kein guter erster Shot. Ist bei mir im Südost. Ja, moin. Ich fall von der Chessiplan runter. Das war's komplett. Ich hol dich. Im besten. Nehm dir. Oh mein Gott. Zum Glück trifft er nicht. Und da snipet noch einer von dir vor. Ganz, ganz schlecht. Mhm. Die snipen von... Ich glaub des Westen. Hier, warte, warte. Ja, ja, die vom Westen. Genau. Okay. Der andere ist down. Warte, war's das schon? Oder ist da bei mir noch einer? Dann komm rüber, Lagerfeuer. Ich hab so wenig AP. Mhm. Geh dir, geh dir, geh dir. Wir müssen da direkt in die Zone. Ich weiß, Mann. Wir sind so lost. Mhm. Wir sind richtig lost. Warte mal. Ich glaub ich hol mir den Hill von dem anderen noch. Ich weiß nicht, ob da was Gutes liegt oder nicht. Aber wir müssen mal gucken. Gleiter redeployer. Ja, das gefällt mir. Nehm ich mit. Und die hier. Nehm ich auch mit. Bleiben, danke. So. Ansonst wäre eine SMG noch hier. Aber ich glaube wir sollten in die Zone. Vergegnis hier. Wo? Oh ja. Ich bin so tot. Ich kann nichts mehr. Ich bin auch so tot. Gar keine Leben mehr. Ich muss den hier machen. Komm. Vielleicht treffe ich. Vielleicht treffe ich. Oh mein Gott. Ich bin so ripped. Oh mein Gott. Ich muss voll Yolo gehen. Ja, ich auch. Oh ne. Nein. Leute. Wir haben schon 12 Kills. Ich setze sie jetzt nochmal in Warte. Ja. Das könnte hier geil sein. Ich weiß nicht, wie weit ich die immer werfen muss. Das könnte sogar nicht schlecht gewesen sein. Fast. Fast. Ja. Ein bisschen kracht sein. Aber. So gut finde ich die dann doch wieder nicht. Das ist ein Nu. Hallo. Da ist ein Clown. Okay. Das ist der 13. Kill gewesen, oder? Äh ja. Sieht nach einer schönen Runde aus. Du kannst dir hier gönnen die Shotgun. Ich habe schon eine. Ich habe auch schon eine. Habe ich hier noch Schüsse gehört? Oder bin ich dumm? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich bin mir wirklich nicht sicher bei dem neuen Item. Ich bin fast der Meinung, das sollte ein bisschen mehr Damage machen an Wenden. Ja. Du musst nicht unbedingt dein Spiel an mehr Damage machen. Aber wenn es gegen Gebäude besser wird, dann wäre es auf jeden Fall krass. Weil dann kann man die auch gegen die einsetzen und dann macht das auch Sinn. So. Ja. Es dauert echt lange. Vielleicht habe ich es auch in der Scheiße platziert gehabt. Kann genauso gut sein. Ich finde das trotzdem. Man muss das genau platzieren. Ja. Dann hat das nicht so großen Radius. Dann hat das nicht so großen Radius. Und. Keine Ahnung. Man kann das halt dann nicht steuern, wenn man es platziert hat. Da kann irgendwie einfach drei Meter rüberjumpen. Ja. Und baut den Bunker drei Meter daneben auf. Und dann ist das Ding useless. Was auf jeden Fall fehlt Leute. Weil. Bevor das gekommen ist. Haben mich und Benni so gedacht. Das wird was Richtung Mörser. Und es ist auch im Grunde sowas. Normalerweise sieht man immer wo der dann hinschießt. Das fehlt bei dem. Man weiß einfach nicht wo es hinschießt. Es fehlt noch so ein zusätzlicher Punkt. Nicht nur dort wo es landet. Sondern dort wo es hinschießen wird. Damit man sich ein bisschen daran orientieren kann. Also das wäre auf jeden Fall noch nice. Hatten wir auf uns geschossen oder was? Ne. Ich gönn mir Minis. Okay. Gönn dir. Ansonsten ist es mal eine nette neue Sache. Die jetzt nicht so 0815 ist. Ich habe letztens auch dran gedacht. So. Eigentlich könnten die mal Clustergranaten rein geben. In das Game. Weil die hat es auch noch nicht gegeben. Und die könnten auch interessant werden. Wenn die einfach random rumspringen. Und vielleicht einen selber dann holen. Also wer schon mal Spiele damit gespielt hat. Der weiß, dass das richtig random sein kann. Aber wäre auch eine coole Granate mal. Und ja Leute. Ich würde sagen. Wir holen uns auf jeden Fall die Runde noch. Ich meine jetzt mit 13 Kills. Holen wir uns die restlichen auch noch. Wird vielleicht eine schöne 20 Kills Runde. Verdient wäre es auf jeden Fall. Ja. So. Dann sehen wir uns direkt bei den nächsten Gegnern wieder. Action mit dem Flugzeug. Nein. Das war vielleicht doch nicht so. Das war keine gute Idee. Aber es ist weak. Es ist wieder weak. Hat sich selbst ausgesperrt. Beide bei mir. Der will mich finischen. Ja. Hey guys. Geh down. Das gibt es nicht. Der andere muss so low sein. Nehm direkt. One shot. Na kommt der irgendwo raus? Da kommt noch ein Flugzeug. Ich bin so broke. Das ist so. Hä? Was ist passiert? Ist der gerade da oben gewesen? Oh ne. Die haben den anderen gefinischt. Ja. Bitte kommt der jetzt nicht hoch. Ich geh mir mal kurz mein Mad Kid. Ja. Hielt sich auch? Okay. Alles gut. Was ist hier los? Was fliegt denn noch ein Flugzeug rein? Ist halt echt so. Oh ne. Die kommen hoch. Hinter dir. Hier. Mhm. Noch ein Flugzeug. Das Flugzeug. Ist das denn ernst? Oh mein Gott. Es ist so lächerlich. Ich bin weg. Der Mann. Ab geht der Mann. Der hat gar keinen Bock mehr. Was ist los mit euch? Holy shit. Eine gute Pose zum Chillen. Oh mein Gott. Oh nein. Tja. Mit dem hat man nicht gerechnet. Aber der eine schwitzt aber auch. Absoluter Tryhard. Ui. Ah. Ich seh dich. Ja komm. Achtung. Oh Gott. Ja ja ja. Alles gut. Ah. Er riskiert. Oh nice one. Er hat gut riskiert. Der 178er war wichtig. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich hab Zeit. Ich hab sehr viel Zeit. Die pushen. Was ist das für ein Move? Warte. Wer wirft die Rakete einfach dahin oder? Ich hab keine Raketen am Start. Achso. Digga. Warum schieß ich aus der Hüfte? Nein. Uh. Der ist ja sowas von tot. Ich will jetzt keinen Raketenschuss abbekommen. Komm raus. Nein. Gar nichts riskieren hier. Oh Gott. Der ist da unten getrappt oder? Ja. Kann gut sein. Der hat Raketen einfach nachgeladen. Nein. Nein. Leute. Win wird sich natürlich auch noch geholt. Es leben nur mehr zwei. Die sind direkt vor uns. Wir haben bis jetzt zwölf Kills gemacht. Ist ganz nice. So. Der wirft auf jeden Fall Stehenkommen. Ja. Kann ich auch. Kann ich auch. Gar kein Problem. Wo kommt er raus? Da ist er. Da ist er tot. Dann gehen wir mal rein. Der erste ist genau. So wo ist der zweite hin? Ähm. Wahrscheinlich hier eingebaut oder? Ja. Ja. Sehr schön. Dann gucken wir mal rein. Komm. Wir machen es einfach. Ja. Komm du hast bin ich gern. Perfekt. Ja. Nice. Ja. Leute. Insgesamt 14 Kills. War eine ganz nice Runde. Ihr könnt natürlich eure Meinung zu diesen neuen Raketen in die Kommentare schreiben. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Haut rein. Und. Ciao.